artigen namen ausdenken und ich denke dann ist ja gut ja war kiki oder so nehmen können ok findet er auf jeden fall schon mal nicht ja ich bin hier das ist wahrscheinlich einfacher wenn du die hand waren gibt mannschaften verwalten wie heißt du denn ja 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 ich bin jedes mal lieber rublox die maus wieder aktivieren ist mein rock sagt und miser wie heißt du da miseria yutaki aber ich bin mir komisch ist mein standard name seit 2015 keine ahnung wie ja was miseria also dieser mit ja hinter ja dann ein frei und dann yutaki ytta e tta e yutaki also ich wollte damit sich mit und wieso könnt ihr nicht einfach aufs sofa gehen du wolltest da dann schuck und geh aufs sofa jetzt ist aufnahme auf englisch aufnahme so gut dann machen wir mal weiter das ist aber auch gar nicht unheimlich videoaufnahme auf englisch wäre im video short oder video recording ja ich hab's jetzt einfach mal eben schnell überdikt hat daraus gesucht so aufgaben so schmetterlinge wo hast du die schmetterlinge jetzt gefunden hier direkt bei zack und kaki die doch nicht wieder nach hause könntest du bitte mal aufhören umzuschreiben und ich jetzt auch so versetzen und fliegt ihr hier gleich die hutschnur weg jetzt ist alles durchdringen jetzt habe ich jetzt 10.000 natürlich keine bomben dabei da kannst du ihn überhaupt unsere gruppe einladen hast du schon gemacht wir haben eine gruppe ja zurzeit nicht verfügbar und bekannte karte ist sie vielleicht auch ihr grundstück ja das ist möglich weil ich muss hier gerade eine quest erfüllen also alles gut ja dann kann ich sie noch nicht einladen diese einfach so standard dinge also mein wie ich eigentlich gesehen ist das nicht niedlich ich habe auch gar nicht noch neben die ja ich habe noch nicht gesehen entschuldigen betrieb man kann dann wissen man ich habe davon und die deutschen doch am kreis sind aber hat schon wieder scheiß vergessen ich bin mit jener verheiratet schön dass du zugokst wir wollen gerade bomben holen um schmetterlinge zu fangen das hört sich eben falsch an ja wir springen sie weg und mit mir selbst zu drehen ja so lege gehalten das nein ja plaudere mit jana heimtückische rauchbomben auf der hochzeit habe ich aufruhe darüber gesprochen wie sehr darüber gehänzelt hat neidisch auf mich war dein inventar ist voll ja du hast es wird ja ist nicht voll da stehen ein sachen was auf du musst da auf dem pfeil aufklicken das ist jetzt dein dein inventar was du verschießen kannst das ist neu und das ganze auch noch abgaben dankeschön schön dass auch du reingekommen das hört sich gerade an als wärst du auf titsch mieser kann das sein ich bin auf twitch on und ich bin auf youtube und auf youtube sind gerade zwei dazu gestoßen die sich das mit mir angucken ich liebe diese ladebildschirme nix schönes als diese langlebigen ladebildschirme so schmetterlinge das heißt wir brauchen gleich schmetterlinge 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 blaue schmetterlinge sollten wir ne und wahrscheinlich sind die jetzt gerade nicht da weil es dunkel wird konstantin korrekt ich möchte dass du aufhörst dich aufs sofa setzt und ruhe gibst war das klar das wäre doch mal schön ja und meine güte so ein riesen zählt ich bin sofort wieder da wir bei steam steam habe ich gute wahl habe ich auch das möchtest du du möchtest einen großen apfel natürlich darfst du einen apfel essen immerhin kurz ein apfel holen und ja alles gut macht das gott dass man los sei es an schreierei ist glücklich ist hat ein apfel so ich bin glücklich einig sind dann sind ich da hast du weggegeben meine der papa macht was mit denen heute wie schön das hat doch was ja ab und an ist es doch einmal schön alleine irgendwas aufzunehmen ohne dass man gleich umschreien muss oder hat nicht gesehen ja ich verstehe dich so okay ich wollte eisenbaren holen eisenbaren wir haben mich an durch das sind pallium warum habe ich keine eisenbaren ich habe eisenärzte blockieren das geht ja mal gar nicht hier ja wenn man sich schubst dann zwiebelt das auch schon mal am kopf mister war auf deine schwester zu schubsen aber es macht doch so spaß ach da sind meine eisenbaren ich habe ich noch nicht rausgenommen ok was muss möchtest du was essen natürlich wird es auch ein apfel gut dann kriegst du auch ein apfel so mein kind ist jetzt sparen ferkel auch nicht schlecht zurück in die stadt auch warum nicht ja ein anderthalbjähriges mädchen weil sie kann apfel essen mit 14 ja warum nicht weil sie von mir was meister werden mit jener haben wir zum jahr ja extrem lang ich bin auf mein grundstück gewesen da kommt zu sagen was das auch ein stück jetzt hat sie immer noch richtig angeguckt mein mäuschen so kann ich denn jetzt mal nein sie ist immer noch auf ihr gründen da sie ist immer noch ein tutorial wo die gegner über weg durch das tor so einfach nur durch die tür das wäre jetzt lustig wenn das tier mitfliegen würde ja gut so einfach auf springen oben das stimmt wir müssen ja noch gucken ein weiter seki mann wo bist du nicht ein püppelchen 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 schließ einfach die augen und denk an eine zahl zwischen 1 und 3 ich bin sofort wieder da und jetzt sind wir da auch mal ein bisschen was soll ich jetzt machen was soll ich jetzt machen ungewöhnliche fische wenn ich püppel palium baren da wächst das brauchen wir gar nicht ach so genau ich wollte ja hin das gerät reparieren kann ach für rest ist das ok das haben wir auch den kann man eigentlich auch daten oder den kann man auch daten ja ich habe ihn ja schon gesagt oder so sie sollte sich ganz schnell ein macker aussuchen den sie permanent anspricht jeden aber ja das besser ist das ewig köln wir haben das leider zu spät gemerkt und deswegen hat es so lange gedauert also zwei leute sind ja schon mal weg beziehungsweise bb hat sich für eine gleichgeschlechtliche vermählung entschieden ja du kannst auch da frauen es ist mir egal sollen so glücklich sein das haben wir auch fertig hier finden so eine sache ich weiß nicht wie sie darauf kam sich plötzlich für so zu entscheiden die ganze zeit jemand anders sagen ja aber das ging nicht das ging nicht und weißt du was das geilste ist na warte wo ist ja wo ist ja wie soll denn nun mal und hudari steht hier als potenziellen heiratskandidat aber da ging es noch nicht als sie angefangen hat und da war sie schon mit wie heißt sie jetzt china ach so haben wir die eigentlich ist eigentlich der neue tempel da gab es ja genau was was der neue tempel keine ahnung ok also schwimmen können wir schon mal nicht das wäre jetzt auch gerade klar geworden ich bin durch das war geflogen wir sind dämliche menschen wir haben eine gemeinschaft ja kommt mal werden unserer gruppe ja habe ich zwei punkte und irgendjemand schläft auf euch kosten ja keine ahnung jetzt habe ich hier zwei grüne punkte ja keine ahnung wer ist jetzt aber wer ich habe keine ahnung bist du gerade in der stadt ich bin gerade auf dem dorfplatz ja dann bin ich gerade fast neben dir ah ok dann kommst du gerade hier angerannt kann man auch die punkte verändern also dass sie eine andere farbe haben ich glaube nicht wären natürlich vom vorteil der freundschaft beenden gruppe anführer bestimmen als gruppe wer auf aus der gruppe werfen kudos geben übertragung des eigentums nö geht nicht auch menno das wäre noch vorteilhafter wenn man das machen könnte da renne ich mal kurz rüber und guck ob der andere tempel schon auf hat aber wahrscheinlich musst du dafür eine exakt fest oder sowas machen meinst du na so wie das erstmal wie bei ziki wieder verstand du sitzt na so hier bist du war der andere tempel der feier da oben irgendwo auf diese fliegenden insel und angeblich gibt es eine andere insel wo man den kommen kann angeblich und man kann gehwege machen bespannen ja wir müssen jetzt alles ausprobieren halt wieder nach sowas habe ich gesagt was brauchen wir glas und pallium waren ich habe die von die zugehörigen kannst du sagen ein pallium waren und eine glasscheibe okay das ist wirklich dieser regenwohnung flatter mann da soll jetzt nicht schwer zu kriegen sein ach so okay genau so wird dieser riesen hier ist ja noch mal riesen kalima stachel rochen links punkt der soll auch spügel sein toll den letzten beiden die ich noch brauche dann habe ich mein tempel fertig so und jetzt zu red also ich weiß dass wenn ich jetzt rüber gehen nach nach bahari bruch oder sonstiges ne das ist gleich wieder hell wird wenn wir schon morgen kommen ich lass mal den fernsehen aus so besser